Whisky, Single Malt und wag es nicht, wieder Eis reinzupacken. Es zerstört die Malzstruktur, weißt du? Ähm, kein Problem, ich stelle sie gerne vor mir. Wer sind sie eigentlich? Ego, Tee, absolvo! Vater, warum hast du mich verlassen? Weil du schwul bist! Diese Stimme? Bin ich das etwa auch? Spreche ich das etwa auch? Und das alles für Spritgeld und leckeres Catering und... Don't fact! Schauspieler leiden zur Selbstausbeutung. Na toll. Die komische Taube bin ich auch. Das muss so sein, wegen der Dreieinigkeit. Was sind Ihre konkreten Pläne? Also, ich werde das gesamte Naturschutzgebiet einreißen lassen, um ein Atomkraftwerk dort zu errichten. Was? Da lehnt doch sehr viele Fügel. Gut, ich fahre da noch mit dem Fahrrad. Vögel. Das ist mir doch egal. Was da für Vögel leben? Ja, sollen die doch woanders hinfliegen? Was, 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 was? Hauptsache, die Stadt verdient viel Geld mit dem Kraftwerk. Endlich unseren eigenen Strom. Und ich bekomme meine neue, eigene Kaffeemaschine. Stopp! Was? Du musst schon die Augen aufmachen beim Ziel. Ich habe doch die Augen auf. Ach so, nicht. Mach ich wohl. Nein. Doch. Oh. Ich mache jetzt, ne? Sag mal, sollen wir den vielleicht zu einem Arzt bringen oder so? Sein Kopf ist weg! Ja, aber wenn wir den auf Eis legen oder was weiß ich denn. Ich bin nicht vom Fach. Das ist ein Albtraum. Ich glaube, ich bin auch der Regisseur von dem Scheiß. Und der Autor. Ja. Ja, das machen wir später. Alles digital. Ja. Alles digital. Bitte. Bitte, wenn das einer sieht, holt mich hier raus. Bitte.